Ich wandle auf dem Pfad der Verzögerung. Möglicherweise habe ich mich auch ein klein wenig darauf verirrt. Bereits am Silvesterabend wollte ich einen sogenannten rückblickenden Querschnitt für euch bereithalten und habe mich dabei bezüglich meines zeitlichen Anspruchs arg überschätzt. Schlussendlich kam es ja dann ganz anders als ursprünglich gedacht und ich war froh, dass ich nicht mit leeren Händen dastand, auch wenn es im Ursprung nichts Neues war und vordergründig zum Wohle der Erhaltung gedacht war. Bisher scheint jene Zielsetzung ja auch erreicht, das darf ich eigentlich nicht allzu laut ins Mikro sprechen, wie so vieles im skettinässerischen Bereich oder so ähnlich. Zurück zum besagten Querschnitt. Ich bin noch eifrig dabei und komme gut voran, wenn leider auch nur schrittweise. Bisher bin ich bei ungefähr 50 Minuten angelangt, das kann in der Endfassung noch variieren, aber lassen wir den Dingen einfach ihren Lauf. Wie der Rohtitel schon verlauten lässt, wird auch dieser im Endeffekt im Grundlegenden nichts Neues hervorbringen. So viel im Vorab. Er im Gegenteil, manches wird euch wohl bekannt sein. Vielmehr soll er eine Ausrichtung auf eventuell Kommendes geben. Man könnte diesen auch als erzählerischen Zwischenton meinerseits betrachten, wenn man dies so erachten möchte. Und da ist es schon das passende Stichwort. Erzählerisch. Nach hinreichenden Gedankenspielen habe ich nämlich für mich entschieden, dass ich diesen Kanal in eine weitaus erzählerische Richtung bewegen möchte. Ähnlich in Form des sogenannten Dragon Age Prologs zum Beispiel. Und hierbei möchte ich betonen, dass ich mich dabei auf noch nicht abgeschlossene Projekte beziehen möchte. Und Draugen wird hierbei den Anfang wagen. Die Spieldauer sowie enthaltene Mechanik des gesamten Werkes ist ja recht überschaubar und von daher lohnt sich der Einstieg für mich ganz persönlich in jene Richtung. Einfach um mich darin auszuprobieren. Und es soll ja auch für euch stimmig daherkommen. Mein eigentlicher Leitsatz soll dabei lauten, weg vom klassischen Kommentieren und hin zu verdichteten Erzählungen. Bei Draugen handelt es sich eh um ein storyfokussiertes Spiel. Weshalb diese neue Richtung deckend wäre, gehe ich fest davon aus. Ich merke selbst, dass es nicht so einfach ist, meine Gedanken plastisch bzw. nachvollziehbar an euch heranzutragen. Aber ich denke, ihr könnt euch vorstellen, wovon ich spreche oder worauf ich letztlich hinaus möchte. Auch Silent Hill 4 möchte ich nicht aus meinem Blickfeld verlieren, zumal ich besonders Augenmerk auf einen darin enthaltenen Charakter richten möchte, der wiederum in eine mögliche Charakteranalyse münden wird. Also auch jene Nachwörter sollen unter anderem bestehen bleiben. Und die Dreamfall Chapters, wohlgemerkt, werden natürlich auf ähnliche Weise ebenso fortgeführt, weil die The Longest Journey Sage auch auf diesem Kanal zweifellos seinen Abschluss finden soll. Und dies unbedingt. Darüber hinaus erwartet euch alsbald ein neues, lyrisches Zwischenspiel eines wirklich talentierten, zeitgenössischen Poeten, den ich hierüber auf visuelle Weise unterstützen sowie auch an euch herantragen möchte. Denn meines Erachtens hat seine Dichtkunst nämlich ganz viel Aufmerksamkeit verdient. Vielleicht ist er euch auch schon mal in digitaler Form über dem Weg gelaufen. Wer weiß. Und daher wird es endlich Zeit, ihm Aufmerksamkeit zu schenken, ohne im Vorab zu viel verraten zu wollen. Anderweitig medialen Ausflügen bin ich natürlich auch nicht abgeneigt. Sei es Beihilfe auf musikalischem Wege. Ähnliches gilt für etwaige Hörspiele eventuell. Und selbst Comicvorstellungen bzw. Empfehlungen meinerseits sind mir dabei in den Sinn gekommen. Mal schauen, was die künftigen Zeiten mit sich führen. Und ich weiß, das klingt nach wie vor alles total schwammig. Das ist mir wohlbewusst. Aus diesem Grund habe ich auch die Playlist Neugierde möchte geweckt werden angelegt. Sie könnte nämlich einen möglichen Ausblick bieten und womöglich könnt ihr dann im Ansatz erahnen, wohin ich mich federführend bewegen möchte. Ich wünsche mir einfach mehr kreatives Sein, mehr kreatives Eigenengagement, also in meinem Sinne für mich selbst gedacht, noch mehr zwanglose Entfaltung eben. Und da ich nicht noch mehr Fragezeichen über euren Köpfen schaffen sowie nicht noch mehr Zeit verstreichen lassen möchte, vor allem unnötige Zeit, werde ich nun fleißig am rückblickenden Querschnitt weiterarbeiten, auf das wir uns baldmöglichst wiedersehen und vor allem lesen. Ich wünsche euch bis dahin entspannte und gesegnete Tage, auch wenn der Himmel noch so grau erscheint, was er im Grunde ja nie ist. Und bleibt vor allem gesund. Das ist ja immer noch das Wichtigste in dieser manchmal wirklich unsäglichen Zeit. Auf bald, eure Jane.